Die Bau- und Möbeltischlerei Budrys in Salzgitter-Engelstedt ist ein modernes und leistungsstarkes Handwerksunternehmen, das seit der Firmengründung im Jahre 1997 durch professionelle, saubere und termingerechte Arbeit private und gewerbliche Kunden überzeugt. 20 Fachkräfte bilden das kompetente Team im Meisterbetrieb von Tischlermeister und Betriebswirt René Budrys. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Mittelpunkt. Beratung und Betreuung im Team durch ausgebildetes Fachpersonal und motivierte Mitarbeiter garantieren unseren Kunden höchste Qualität, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Alle Produkte und Dienstleistungen werden durch die Firma Budrys zuverlässig, solide und langlebig hergestellt. Durch kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter, den Einsatz neuster Produktionsverfahren und die Verwendung hochwertiger Produkte werden dabei neue Maßstäbe in Preis, Qualität und Verarbeitung gesetzt. René Budrys ist Gebäudeenergieberater, Sachverständiger und zugleich der kreative Kopf der Bau- und Möbeltischlerei. Im Bewusstsein für eine saubere Umwelt und den Blick für kommende Generationen hat er sich dem Naturbaustoff Holz verschrieben. Das Unternehmen gilt überregional als Vorbild für innovative und umweltverträgliche Materialien sowie zukunftsweisende Produktionsverfahren. Wir vereinen traditionelles Handwerk durch umwelt- und energiebewusstes Arbeiten, moderne Innovationen mit sozialer Kompetenz und Verantwortung. Zukunftsorientiertes Denken und verantwortungsbewusstes Handeln sehen wir als eine der zentralen Aufgaben unseres erfolgreichen Unternehmens. Die Planung und Gestaltung, ganz nach Ihren Wünschen, sind dabei selbstverständlich. Die Bau- und Möbeltischlerei Budrys freut sich auf einen Anruf und auf Ihren Besuch. Die Bau- und Möbeltisch economist Flexionage Die Bau- und Möbel Digitalisierung Vielen Dank.